Hallo ihr Lieben! Dieses Video wird euch sehr interessieren, denn ich fasse einmal alles zusammen, was gerade so passiert. Einige von euch haben bestimmt gemerkt, dass länger keine Videos mehr von mir auf YouTube kamen. Das hat nur einen einzigen Grund. Läuft bei mir. Ich weiß, ich habe es trotz meines Jobs immer geschafft, jede Woche ein Video auf YouTube hochzuladen, aber das war in letzter Zeit einfach nicht mehr möglich. Wahrscheinlich habe ich jetzt meinen Algorithmus damit total kaputt gemacht und dieses Video sieht kaum einer. Aber ihr seid hier! Ja, das wäre wirklich schade, wenn das so wäre. Aber ich will euch jetzt einfach mal auf dem Laufenden halten, denn ich finde es nach wie vor toll, hier über YouTube mit einer Community kommunizieren zu können, die so hinter einem steht. Das bestärkt einem echt bei allem, was man tut. Deshalb möchte ich hier jetzt alles einmal ganz kurz zusammenfassen, was passiert ist, gerade passiert und demnächst passiert. Denn dann werdet ihr merken, warum ich wenig Zeit für YouTube hatte und es demnächst auch haben werde. Ich würde mich freuen, wenn ihr trotzdem bei mir bleibt, also mich nicht deabonniert und weiter so schön mit mir quatscht. Wie gesagt, ich lese wirklich, wirklich, wirklich jeden Kommentar. Ich gebe euch aber einen Tipp. Mein Smartphone habe ich immer dabei. Das bedeutet, dass ich euch überall mit hinnehmen kann und auf Instagram in den Stories euch ganz, ganz aktuell auf dem Laufenden halten kann, was ich gerade mache. Also folgt mir einfach auf Instagram und ihr wisst immer als Erster, was so passiert. So, nun aber zu den Sachen, die passiert sind. Die ratte ich jetzt einfach erstmal runter und werde später in einzelnen Videos genauer drauf eingehen, okay? Also, ich war mit dem BibiBloxback Musical auf Tour. Das könnt ihr schon auf YouTube sehen. Ein Vlog der Tour kommt noch, übrigens. Außerdem habe ich wieder einen Werbespot gedreht, über den ich aber leider noch nichts sagen darf. Und natürlich auch für die dritte Staffel von Leider lustig auf Kika. Da kommen vielleicht auch noch Vlogs von Dreharbeiten, aber die muss Warner Bros. erst noch genehmigen. Jeden ersten Donnerstag im Monat habe ich die Show Wie krass bist du denn im Delphi Show Palast mitgemacht. Ihr müsst euch das so ähnlich wie das Supertalent vorstellen, nur dass da nicht Dieter Bohlen in der Jury sitzt, sondern ich. Ihr könnt zu jeder Show kommen, wie gesagt. Immer am ersten Donnerstag im Monat. Dann haben Max und ich ja einen neuen YouTube-Kanal eröffnet, der sich nur um Musicals dreht. Könnt ihr gerne abonnieren. Und als ob das noch nicht reicht, habe ich zwei Hörbücher eingesprochen. Keine Romane, sondern sachliche. Die Potenzformel und Network Marketing. Das waren die Gründe, warum ich in letzter Zeit nicht zu Hause war und keine Videos drehen konnte. Spannender wird es aber jetzt. Demnächst fahre ich nach Frankfurt, um dafür eine neue Hörspielserie einzusprechen. Anomalia. Alles darüber findet ihr auf dieser Webseite und in meinem nächsten Video. Das Projekt könnt ihr übrigens unterstützen. Danach geht es nach Chemnitz, um für das Musical die Schneekönigin zu üben. Und dann noch für weitere Musicals. Yep, jetzt kommt es. Im November bin ich im Musical das Zauberschloss zu sehen. Im Dezember im Musical 3 Haselnüsse für Aschenbrödel, in dem ich schon vor vier Jahren mitspielte und hier auf YouTube auch schon gevloggt habe. Link in der Videobeschreibung. Beide Musicals sind übrigens in Bremen. Dann spiele ich im Dezember auch wieder in einem Liederabend in Hamburg mit, der noch keinen Titel hat. Geplant sind vier Aufführungen in der Heilandskirche in Hamburg. Wie immer. Da spielen wir die ja immer. In dieser Zeit kann es sein, dass ich vielleicht auch ein paar Termine von Bibi Blocksberg noch spiele, aber das weiß ich noch nicht genau. Haltet euch aber auf dem Laufenden. Von Januar bis März bin ich dann im Musical Die Schneekönigin zu sehen. Das ist wieder ein Tourmusical. Damit sind wir wirklich in ganz Deutschland unterwegs. Alle Termine und Orte könnt ihr auf der Website sehen. Ihr merkt also, es ist momentan kein Platz dafür, mir Filme für YouTube auszudenken. Aber wie gesagt, auf Instagram nehme ich euch mit auf die Reise. Und hier auf YouTube werde ich dann noch mal vereinzelt über diese ganzen Projekte ausführlicher reden. Danke, dass es euch gibt und dass ihr mich auf dieser Reise begleitet. Es tut echt gut zu wissen, dass es da so viele Menschen gibt, die das tun. Ich würde mich auch sehr freuen, euch bei den Aufführungen kennenzulernen. Wenn ihr da noch etwas wartet, dann komme ich nach den Vorstellungen meistens raus. Oh, eine Sache gibt es noch, für die ihr mir Daumen drücken müsst. Eventuell könnt ihr mich bald täglich in einer Show auf einem bekannten Radiosender hören. Das ist aber noch nicht ganz sicher. Aber ich freue mich über jeden gedrückten Daumen. So, jetzt seid ihr erst mal auf dem Laufenden. Bis bald mal wieder und viel Rock'n'Roll. Euer Gnichel.